hey 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 meine freunde das hier ist ein kleines info video für euch ich habe einen neuen kanal gegründet zusammen mit zwei freunden akronauten und ein wallbang gamekings.de auf twitch gamekings.de auf youtube und gamekings.de gibt es als webseite wäre sehr cool wenn ihr ein abo da lassen würdet und ein follow also das ist sehr wichtig wäre sehr sehr geil wenn ihr es machen könntet der grund wir können viel mehr content bieten der eine ist lolbisser der andere in ww der andere in rocket league und so weiter wir können auch rund um die uhr da sein also fast wir streamen jeden tag es wird ein streaming kanal werden wir streamen auf youtube und auf twitch wir wollen uns beides ausprobieren und beides mit videos voll hauen also content wird auf jeden fall da sein wir richten uns bei den spielen nach euch ja es wird minecraft gespielt es wird gesagt alles gespielt jeder ist in irgendwas besonders gut oder besonders schlecht das werden wir noch sehen ich wollte schon darüber informieren dass auf abkratzer der kanal bleibt natürlich ja vielleicht habe ich auch irgendwann mal bock wieder alleine was zu machen oder so aber vorerst gibt es gamekings.de und ich denke es wird eine gute sache werden wird auch sehr cool werden vielleicht holen wir noch eine oder zwei leute noch mit rein um noch mehr content bieten zu können ja das ist auch finanziell so eine gute sache der eine hat das eine spiel der andere hat das spiel ja wir können wir wollen rocket league turnier machen demnächst es gibt turniere es gibt giveaways ja es wird ordentlich was abzustauben sein wann wissen wir auch nicht es wird streams geben die 24 stunden gehen und so weiter also wir werden da uns schon was einfallen lassen es wäre sehr cool wenn ihr uns folgt followt und abonniert und ich freue mich auf euch in diesem sinne haut der Rinne oben links abonnieren und so weiter ja ich blende das alles ein guckt in die kommentare nicht in kommentare aber unten hier in die beschreibung rein und so hier kommt überall der neue kanal ich freue mich auf euch bis später in diesem sinne haut der Rinne ciao ciao